Heute geht es um einen richtig coolen Angular-Effekt. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es mal wieder um Angular und dieses Video ist daher etwas anspruchsvoller. Grundsätzlich setze ich einige Sachen voraus und zwar einmal, dass man Angular kennt. Was heißt, man sollte schon das ein oder andere Projekt mit Angular umgesetzt haben und kein kompletter Anfänger sein. Was heißt, ich werde nicht darauf eingehen, was jetzt eine Komponente ist oder so etwas. Das setzt sich schon etwas voraus. Wenn ihr dieses Wissen noch nicht habt, unten in der Videobeschreibung ist verlinkt eine kleine Angular-Tutorial-Reihe, wo ihr das Ganze lernen könnt. Aber sonst setze ich auch voraus, dass man TypeScript etwas beherrscht und dass man grundsätzlich weiß, wie Angular-Animations funktionieren. Wir werden nämlich heute dafür sorgen, dass wir, wenn man ein Passwort oder eine andere Eingabe falsch eingibt, dass man einen kleinen Swiggle auslöst, also so einen kleinen Shake-Effekt, sodass der User weiß, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, sieht aber sehr cool aus und ist ein netter Effekt. Deswegen werden wir damit gleich loslegen. Wenn ihr trotzdem Fragen habt, unten in der Videobeschreibung, wie immer, ein Link zu Discord. Dort könnt ihr den Community-Server joinen und einfach eure Fragen stellen oder anderen ihre Fragen beantworten. Ansonsten, ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's. So, um was geht es heute? Ich habe hier schon ein ganz einfaches Login-Formular vorbereitet. Das werden wir heute bauen, mehr oder weniger. Es hat ein ganz bisschen Mechanik, was heißt, es kann Fehlermeldungen darstellen oder so etwas, aber es ist nicht wirklich ausgereift. Was heißt, man bräuchte hier definitiv noch mehr Fehlermeldungen, Label und so weiter. Was heißt, es ist einfach ganz rudimentär, weil heute geht es wirklich um einen Swiggle-Effekt. Das Ganze ist ziemlich cool. Ich gebe jetzt beispielsweise irgendeine E-Mail-Adresse ein, hier unten irgendein Passwort und ich drücke auf Anmelden. In dem Moment wackelt das so, es hört dann wieder auf. Wir kriegen eine Fehlermeldung, dass irgendwas nicht geklappt hat. Und in dem Moment, wo ich anfange, was Neues einzugeben, können wir es normal abschicken und es fängt wieder an zu Swiggeln. Das Ganze ist so ein kleines i-Tüpfelchen auf einem Formular oder einfach vom User-Feedback, weil er weiß, dass etwas falsch gelaufen ist. Das Ganze ist, wie gesagt, ziemlich cool und damit legen wir direkt los. Viel Spaß! So, los geht's mit dem eigentlichen Tutorial. Wie ihr seht, habe ich hier schon meine Entwicklungsumgebung offen und ihr seht hier in der Seite auch schon ein Formular. Allerdings funktioniert das noch nicht richtig. Also hier in der Seite steht halt schon die Fehlermeldung. Der Button hier ist permanent anklickbar und solche Geschichten. Was heißt, das funktioniert alles noch nicht so richtig. Und das liegt daran, dass in unserer App.component.html in einem 0815-Angular-Projekt, wo ich SAS als Styling ausgewählt habe, sonst nichts, habe ich hier schon ein bisschen was vorbereitet. Was heißt, ich habe hier einfach schon ein Formular reingebaut. Hier ist keinerlei Angular-Mechanik drin. Das ist einfach nur ein plain HTML5-Formular mit zwei Input-Feldern bzw. drei Input-Feldern, wenn man das Submitfeld mitzählt. Und hier unten eine Fehlermeldung mit ein bisschen Text drin. Dann habe ich hier in der App.component.sas schon ein bisschen was vorbereitet. Das ist einfach nur, dass das Formular aussieht, wie es aussieht. Hierzu werde ich auch nicht wirklich was erklären, weil das habe ich alles in vorherigen Videos schon erklärt, beziehungsweise das setze ich bei diesem Video einfach schon mal voraus, dass man weiß, wie man so ein Formular stylt, dass man weiß, was hier zum Beispiel Last Child bedeutet oder Placeholder und solche Geschichten. Das heißt, das hier schließe ich wieder. Das werden wir heute nicht weiter brauchen. In unserer App-Module habe ich nichts verändert. Die ist plain, so wie sie ist. Da werden wir gleich einige Sachen hinzufügen, weil wir brauchen ein bisschen Formular-Logik für Angular. Und wo wir auch ganz viel machen werden, ist unsere App.component.ts, weil hier müssen wir unsere ganze Logik für unser Formular und auch unsere Animation integrieren. Aber wie beginnen wir jetzt am besten? Als erstes gehen wir in die App-Komponent. Hier müssen wir nämlich einiges hinzufügen und zwar im Prinzip drei Module. Die kopiere ich mir jetzt einfach hier oben bei Import rein. Und ihr seht schon, die sind jetzt alle unterstrichen, weil ich die jetzt hier zwar in ng-module importiert habe, allerdings noch nicht in unser Projekt. Das kann ich jetzt nachträglich einfach machen, indem ich die hier oben hinzufüge. Das habe ich auch schon vorbereitet, deswegen kopiere ich mir das einfach nur hier rein. Und eins fehlt noch, nämlich Reactive Form. Zack, jetzt habe ich die alle hinzugefügt, was heißt einmal Browser-Module aus Plattform-Browser-Animations, dann aus Forms-Module aus Angular-Forms und Reactive Forms-Module aus Angular-Forms. Was heißt, das sind einfach drei Standard-Angular-Module, die wir hinzufügen müssen. Das können wir jetzt einfach so abspeichern und im Prinzip schließen, weil das werden wir heute nicht weiter brauchen. Das nächste, was wir brauchen, ist unsere App-Komponent-File. Und hier müssen wir etwas hinzufügen. Einmal müssen wir hinzufügen hier oben unsere Form-Control. Ich weiß nicht genau, warum ich die hinzufügen musste. Normalerweise muss man das nämlich nicht. Allerdings Mac hat Angular die ganze Zeit rum, als ich es nicht hinzugefügt habe. Deswegen habe ich es jetzt einfach drin. Normalerweise braucht man diese Zeile hier nicht. Was wir jetzt brauchen, ist, wir brauchen erstmal ein Objekt, auf das wir unser Formular beinden können. Und hierzu mache ich ganz einfach. Ich sage nämlich Public, sage wir haben eine Variable, die heißt Login. Diese Variable besteht aus einem Objekt. Und dieses Objekt hat einmal einen Username, beziehungsweise wir sagen hier jetzt E-Mail. Das ist aktuell noch leer. Und wir haben ein Password. Ups, Password. Das ist ebenfalls noch leer. Das heißt, das ist unsere erste Variable. Und damit können wir schon ein bisschen was machen. Und zwar können wir das jetzt einfach mal kopieren, gehen hier auf unsere Komponent HTML und hier können wir jetzt ein bisschen was erweitern. Und zwar das erste, was wir hier erweitern müssen, was einfach grundlegend für den weiteren Verlauf ist. Wir sagen, unser Formular ist erstmal ein Angular-Formular. Dazu sagen wir, geben wir jetzt den Namen Login-Form und sagen, das Ganze ist ein Angular-Formular. Damit können wir nämlich eine ganze Menge machen später. Dazu aber gleich mehr. Das nächste ist, hier haben wir schon ein Input-Feld. Tab Index 1, Name E-Mail, Type E-Mail, Placeholder, Value und das Ganze ist required. Man muss es also ausfüllen. Und was wir jetzt machen, wir beinden das zu unserem Objekt. Was heißt, wir machen uns jetzt hier so eine geschweift, eine eckige Klammer und dann eine normale Klammer da rein. Und sagen hier ng-model und das Ganze beinden wir jetzt auf unser login.email-Objekt. Was heißt, das, was wir jetzt in dieses Formular eintragen, wird automatisch auf diese Variable hier bezogen. Das Ganze müssen wir natürlich zweimal machen, nicht nur einmal, sondern das Ganze kopieren wir uns jetzt und fügen das hier unten ebenfalls noch ein. Nur, dass wir hier sagen, das Ganze ist auf Passwort bezogen. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten einfach mit Angular-Binding unser Objekt ausgebe, beispielsweise hier unsere E-Mail und direkt dahinter geben wir auch noch unser Passwort aus. Und ich speichere das Ganze jetzt ab und ich gebe hier etwas rein, dann passiert erstmal noch nichts. Das liegt daran, weil unsere Values noch leer sind. Und zwar müssen wir jetzt hier unser Passwort kopieren und hier unten können wir das eingeben. Woops, zack. So, und hier oben, wo ist hier unser Value, da ist unser Value. Hier müssen wir auch noch unsere E-Mail eingeben. Das Ganze speichern wir jetzt ab, dann speichern wir noch unsere Komponent ab. Und wenn ich jetzt hier etwas eingebe, seht ihr, okay, unser Passwort funktioniert, unsere E-Mail funktioniert und unser Passwort funktioniert ebenfalls fehlerfrei. Das heißt, wir haben das Ganze jetzt schon mal gebeindet. Wir können jetzt ein bisschen mit Angular-Logik schon mal was erreichen. Aber wie können wir jetzt dafür sorgen, dass hier etwas falsch läuft, also dass etwas nicht so richtig geklappt hat. Und das müssen wir in dem Moment, wenn etwas abgeschickt wird. Das heißt, wir brauchen in irgendeiner Form ein Event. Und das machen wir einfach, wir geben auf das Angular-Form-Objekt, also hier oben auf das Form-Objekt, geben wir jetzt etwas drauf. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer und sagen, sagen wir das Event Submit. Wenn das passiert, soll unsere Funktion Send angesprochen werden. Die ganze, also das kopiere ich mir jetzt, gehe in unsere Komponent und sage jetzt hier, ich möchte gerne hier unten eine Public-Funktion namens Send. Und die schickt nicht zurück und zwar soll die jetzt beispielsweise ein Login machen. Aber wir können sie auch Login nutzen, das wäre ein bisschen besser. Okay, wir haben das schon vergeben. Login, try. So, müssen wir hier umbenennen. Zack, speichern wir ab. Und hier drin können wir jetzt etwas machen. Ich sage jetzt einfach mal, wenn das Submitwerten soll, sagen wir einfach Console.log und geben einfach mal Login, also unsere Variable von hier oben aus. Allerdings müssen wir das Ganze mit Sys ansteuern und das hier mache ich zu. Wobei ich das Ganze jetzt abspeichere, haben wir das hier. Ich gehe mal auf Untersuchen, öffne unsere Konsole, löse das Ganze hier mal los. Das, ups, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das Ganze loslösen. Dass wir das hier jetzt in so einem kleinen Fenster haben, macht das Ganze ein bisschen größer. Und wenn ich jetzt hier etwas eingebe, hier drunter etwas eingebe und das Ganze abschicke, seht ihr, wir kriegen hier schon mal unsere Werte ausgegeben. Diese Werte würdet ihr jetzt normalerweise, wenn man ein richtiges Login-Formular machen würde, an einen Server schicken. Dort würde man dann über eine API-Schnittstelle beispielsweise zurückbekommen. Entweder das Ganze ist korrekt, man konnte sich erfolgreich einloggen und es geht weiter. Man verlinkt mit Routing auf die nächste Seite und so weiter. Oder ihr kriegt einen Error zurück. Irgendwas hat nicht geklappt. Wir gehen jetzt prinzipiell davon aus, wir kriegen immer ein Error zurück. Was heißt, in dem Moment, wenn diese Funktion ausgeführt werden soll, wird standardmäßig unsere Funktion zurückgesetzt. Was heißt, unser Formular wird wieder geleert. Was heißt, der User muss einen neuen Versuch starten, das Ganze einzuloggen. Außerdem müssen wir irgendwie den Zustand wahren, hey, es hat nicht geklappt. Und das machen wir über eine Variable, die nennen wir Public und sagen Login Fail und diese Variable ist standardmäßig False. Das ist korrekt, weil standardmäßig soll es ja eigentlich klappen. Wenn wir hier unten allerdings sind, wird aus dem False ein True und in dem Moment hat unser Login halt nicht geklappt. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Und wenn wir das jetzt so benutzen würden, würde im Prinzip noch nicht wirklich irgendetwas anderes passieren. Was heißt, wir müssen noch einiges hinzufügen. Und zwar das Erste, was wir jetzt machen können mit unserer Logik, dass nämlich Login Fail hier unten auf True gesetzt wird, ist. Wir können dafür sorgen, dass dieses Feld einfach mit einer Structure Direkte hier unten, wenn das auf True gesetzt wird, soll das angezeigt werden. Wenn das auf False ist, wird es nicht angezeigt. Das heißt, in dem Moment, wo ich das speichere, ist unsere Fehlermeldung schon mal weg. Und wenn ich hier etwas eingebe und auf Anmelden drücke, dann seht ihr, zack, unsere Fehlermeldung kommt zurück. Und wir können damit etwas machen. Aber wenn ich hier oben reinklicke, verschwindet sie nicht. Und das ist nicht gut. Das heißt, in dem Moment, wenn ich etwas mache, kann ja das schon wieder funktionieren. Das soll hier nicht stehen. Leider wurde das Passwort nicht gefunden. Das heißt, wir müssen in dem Moment, wo wir unsere Input-Helder verwenden, unser Status, also unser Login Fail, zurücksetzen. Das machen wir ganz einfach, indem wir hier wieder ein Angular Event nehmen. Und zwar sagen wir hier das Event K ab. Das heißt, in dem Moment, wenn wir eine Taste gedrückt haben und wieder loslassen, wird etwas gesetzt. Und zwar sagen wir Login Fail gleich False. Das setzen wir jetzt standardmäßig. In dem Moment, wo ich das abspeichere und ich hier etwas eingebe und abschicke, ist es wieder falsch. In dem Moment, wo ich hier aber die nächsten Buchstaben drücke, seht ihr, ist wieder alles zurückgesetzt und das Ganze funktioniert wieder. Das Ganze kopieren wir uns, fügen das hier nochmal ein, speichern das Ganze ab. Und in dem Moment kann ich jetzt hier etwas eingeben, das abschicken. Und wenn ich jetzt Passwort oder irgendein anderes Formularfeld theoretisch verwende, würde das Ganze zurückgesetzt werden. Das ist schon mal nicht schlecht. Damit können wir arbeiten. Allerdings, was müssen wir jetzt noch machen? Wir haben dafür gesorgt, dass unser Formular einen Zustand hat. Login Fail, der erkennt, ob das Ganze erfolgreich abgesetzt wurde oder halt nicht. Aber wie können wir jetzt eine Animation an so etwas beinden? Das Ganze ist ziemlich simpel und zwar sagen wir einfach in unserem Formular oder in unserem Objekt, das wir animieren wollen, machen wir eckige Klammern auf, sagen Add und sagen hier Swiggle. Unser Swiggle soll nur aktiviert werden, wenn diese Variable true ist. Was heißt, wir setzen die einfach hier oben rein und das Ganze speichern wir jetzt ab. Jetzt gibt es theoretisch eine Fehlermeldung. Was heißt, wenn ich da jetzt nochmal unser Suchen anklicke, sehen wir hier direkt Fehlermeldung, weil unser Property ist nicht gesetzt. Es gibt diese Animation in unserem aktuellen Verzeichnis noch nicht. Dazu gehen wir in unsere App-Komponent und gehen hier unter Style URLs und setzen hier drunter einfach Animations. Zack, mit eckigen Klammern auf. Und das erste, was wir jetzt machen, wir sagen, es gibt einen Trigger. Dieser Trigger bekommt jetzt einen Wert von uns und zwar Swiggle. Okay, so, das ist unser Trigger, den speichern wir jetzt ab. Das Ganze funktioniert jetzt leider so nicht, weil wir das noch nicht importiert haben. Was heißt, kopiert euch Trigger und sagt hier oben Import, geschweifte Klammern auf, Trigger, From und jetzt sagen wir Add Angular Slash Animations. So, das Ganze speichern wir jetzt ab und damit haben wir unser Formular hinzugefügt. Und wenn wir jetzt hier drin sind, kriegen wir auch keine Fehlermeldung mehr, weil unsere Animation existiert. Aber unsere Animation soll ja nur in eine Richtung funktionieren. Was heißt, wir wollen, wenn wir hier was eingeben und die Fehlermeldung kommt, soll es animiert werden, aber nicht, wenn wir irgendwas anderes machen. Was heißt, jetzt gerade würde diese Animation immer ausgelöst werden, wenn sich dieser Wert in irgendeiner Form verändert. Was heißt, auch wenn der auf False gesetzt wird. Das müssen wir verhindern, deswegen sagen wir hier jetzt einfach Transition und sagen hier, das Ganze soll nur passieren von False auf True. Was heißt, wenn es wirklich falsch ist. Das nächste, was wir machen, ist Animate. Und in Animate sagen wir einfach 500 Millisekunden bis in. Und wir sagen hier, dass wir Keyframes animieren wollen. So, was heißt, wir haben jetzt, ich muss das Ganze mal ein bisschen schöner machen. So, wir haben jetzt hier unseren Trigger. Das ist Swiggle. Wir haben unsere Transition, die nur ausgelöst wird, wenn der Wert, den wir an Swiggle übergeben, False auf True geht und nicht True auf False. Dann soll etwas animiert werden. Das Ganze soll 500 Millisekunden dauern mit einem kleinen Ease-In. Und wir haben Keyframes. Diese Keyframes werde ich jetzt hier reinkopieren und dann erklären, weil das sind einfach ganz viele verschiedene, die sich nicht wirklich unterscheiden, sondern einfach nur einen anderen Value haben. Ihr seht, es ist eine ganze Menge. Dafür meint das Ganze noch ein bisschen kleiner, dass es übersichtlicher wird. Zack. So. Und zoome noch ein bisschen ran. Genau. Okay, was habe ich hier jetzt gemacht? Ich sage im Prinzip, wir haben einen ganzen Haufen Keyframes. Das sage ich hier oben mit diesem Attribut. Und darunter sage ich, wir haben hier einen Style. Und dieser Style bekommt ein Attribut, nämlich Transform. Der wiederum Translate 3D. Also in 3D kann ich das Ganze animieren. Ihr könnt hier auch einfach Translate nehmen und dann nur mit zwei Werten arbeiten. Und hier sage ich einfach ein Pixel nach links, zwei Pixel nach rechts, vier Pixel nach links, vier Pixel nach rechts, vier Pixel nach links, vier Pixel nach links, vier Pixel nach rechts und so weiter. Ihr seht hier schon, das ist einfach nur so hin und her. Und hier sage ich, wie sich das Ganze verhalten soll, also wann diese Keyframes gestartet werden. Und so erzeugt man im Prinzip diese Swiggle Animation. Was wir jetzt noch brauchen ist, wir müssen diese ganzen Attribute hier oben noch hinzufügen. Was heißt, auch Animate müssen wir importieren. Wir müssen auch Keyframes importieren. Und wir müssen auch Style importieren. Wenn wir das alles gemacht haben und abspeichern und das hier gestartet haben und hier etwas eingeben und hier unten etwas eingeben und hier drauf drücken, seht ihr, unser Swiggle Effekt wurde hinzugefügt. Aber in dem Moment, wo ich hier etwas ändere, passiert nichts. Wenn ich jetzt hier beispielsweise sage, ich möchte das gerne in beide Richtungen animieren und das abspeichere und ich mache hier etwas rein, hier etwas rein, schicke das ab, mache hier etwas rein, dann fängt er wieder an zu wackeln. Das Schöne ist, man kann jetzt auch ohne Probleme dafür sorgen, dass ihr beispielsweise eine Animation habt, die wieder zurückrudert. Was heißt, wenn ihr zum Beispiel hier einen Zustand animiert, also irgendwie eine Fehlermeldung aufpoppen lasst oder so etwas, dann könnt ihr hiermit eine zweite Transition hinzufügen. Beispielsweise einfach das hier runter kopieren und hier das Ganze umdrehen. Was heißt, von True auf False soll etwas passieren. Beispielsweise können wir jetzt hier einfach mal sagen, wir wollen hier auf 100 und dann hier auf 200 animieren. Das Ganze lösche ich jetzt mal raus, speichere das Ganze ab und wenn ich jetzt hier etwas eingebe und hier drauf drücke, Swiggle ist, wenn ich jetzt hier etwas eingebe, seht ihr, es ist kurz weggeflogen. Das war daran, weil ich hier so krass animiere. Das wollen wir aber nicht. Ich persönlich finde das auch nicht gut. Ich finde immer, es ist richtig, wenn man hier so einen kleinen Swiggle hat, der einmalig abgefeuert wird, der so ein kleines User-Feedback gibt, wie beispielsweise, wenn man sich bei einem Apple einloggt oder so etwas, da ist das ja genauso. Und ich finde, das ist ein ganz netter Effekt, der ziemlich leicht nachzubauen ist und ich finde, einen kleinen Mehrwert für den Nutzer hat, aber einen großen Mehrwert einfach für die Anwendung als solche. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt, dann schreibt mir einfach auf Twitter, Facebook, Instagram oder sagt mir auf Discord Hallo. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr dort auch einen Patron bzw. einen Amazon Affiliate Account, wo ihr einfach diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche.